Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, Kais Kanal. Heute Velouté, eine helle französische Grundsoße. Kann zu allem möglichen genommen werden, als Beilage zu Fisch, Geflügel, hellem Fleisch, passt es sehr gut. Gut, nun geht's los, viel Spaß beim Video. Sollte es euch gefallen, abonniert den Kanal gerne, hinterlasst ein Like und tue ich auch gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Danke, viel Spaß beim Zusehen. Okay, was brauchen wir für die Velouté, die helle französische Grundsoße? Zunächst 40 Gramm Butter, dieselbe Menge 40 Gramm Mehl, 250 Milliliter Geflügelfond, Salz und Pfeffer nach Belieben. Zuerst auf mittlere Hitze die Butter schmelzen lassen, einmal flüssig, das Mehl nach und nach vorsichtig unterrühren. Gut verrühren, das kannst du bei ungefähr bei mittlerer Hitze. Rest rein und alles so ein bisschen einkochen lassen. Aufpassen, dass das nicht zu heiß ist, denn sonst wird das Mehl nachher dunkel und ihr habt keine helle Grundsoße, sondern eine dunkle Grundsoße. Macht zwar nicht viel, aber soll eine helle Grundsoße werden. So schön einrühren und dann nach und nach den Geflügelfond zu geben. Die Temperatur noch auf mittlere Hitze lassen. Den Geflügelfond, den ich benutze, habe ich für mich selbst gemacht. Ich verlinke euch oben rechts in der Infokarte das Video dazu, falls mich herzlich interessieren sollte. Nur wieder etwas nachgießen, bis schließlich die ganze Flüssigkeit von der Ruhe, also von Butter-Mehl-Mischung aufgesogen wurde und eine homogene Masse entstanden ist. Mal schnell mit dem Schneebesen weiterrühren. Jetzt das Ganze aufkochen. Einmal aufgekocht, die Hitze wieder runterregeln, auf mittlere Hitze und ca. 20 Minuten köcheln lassen. Wie ihr sehen könnt hat die Velotea eine glänzende, cremige Konsistenz. Genauso muss es sein. Nur noch 20 Minuten köcheln. Lass mal probieren. Da fehlt jetzt natürlich noch Salz und Pfeffer, das gebe ich jetzt noch hinzu. weiter. Noch mal ab, zweimal rühren. Und schon Das ganze Ende hier nochmal environmental liebt. Nun ist nun so passiert, wie der Shankreina von requires aggкусmenge die ップfäune. die Villotté, der le französische Grundsauce. Passt wie gesagt zu Fisch, Geflügel, hellem Fleisch, sehr gut. Kann auch abgewandelt werden. Viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Zuschauen und hasta la proxima.